Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Marianne Becker, wohne in Berlin. Aufgewachsen bin ich in Ostbelgien, grenznah. Und ich schreibe Romane, die überwiegend auch in dieser Gegend handeln. Ich zeige Ihnen hier mal meine Internetadresse. Mein neuestes Buch, das ist Lea Rose, die Tochter der Flexschneiderin. Es ist im Sommer 2020 erschienen unter Pandemiebedingungen und es war nicht so ganz einfach. Dieses Buch Lea Rose ist ein Teil der Rosenzweig-Saga. Begonnen hat es damit mit dem Buch Die Flexschneiderin. Die Flexschneiderin ist Anna aus Ostbelgien, die als junge Frau in die Eifel in einen jüdischen Haushalt als Flexschneiderin gegangen ist. Das nächste Buch dazu ist das Thema Die Baumwollfarmerin. Die Baumwollfarmerin ist eine Großtante der Lea, die im nächsten Buch behandelt wird. Lea Rose, die Tochter der Flexschneiderin. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen was vorlesen. Und zwar ein Kapitel, das in der Eifel handelt und genau dort, wo die Anna damals als Flexschneiderin tätig war. Ostbelgien, Eifel, 1949 Überraschung Dett hatte abgewartet, bis Mama ihr Frühstücksbrötchen aufgegessen und die zweite Tasse Kaffee getrunken hatte, bevor er mit seinem Vorhaben herausrückte. Mama war nicht für spontane Aktionen zu begeistern und Pläne gefielen ihr nur so weit, sie ihr Atelier betrafen. Wir fahren heute in die deutsche Eifel. Dett verzog keine Miene, aber Mamas Augen leuchteten. Diese Reaktion kam unerwartet für uns. Da wollte ich schon lange wieder hin. Ich brauche zwei Stückchen von dem Kalkstein, rief sie aus. Ich freute mich immer über Ausflüge. Oh prima, ich war noch nie in der deutschen Eifel. Mama schaltete sich ein und bemerkte, das stimmt nicht. Wir waren vor dem Krieg da. Das muss im Sommer 38 gewesen sein. Da warst du noch klein und wirst dich nicht mehr daran erinnern. Dad sah erstaunt auf. Offenbar hatte Mama mit ihm nicht darüber gesprochen. Nun ja, man hörte dies und jenes. Es hieß, dass immer mehr Juden aus Deutschland auszuwandern versuchen. Da wollte ich die Kaufmanns aufsuchen. Einerseits hoffte ich, dass sie inzwischen Nachricht von Leo und deinen Eltern hatten. Andererseits wollte ich mein Versprechen einlösen und sie mit der kleinen Lea Groß besuchen. Du hast sie besucht? Und sie hatten keine Antworten für dich? Mama schüttelte den Kopf. Umso besser, dass wir heute hinfahren. Wir werden sie nicht antreffen. Mal sehen, was aus dem Haus geworden ist. Mama legte den Zeigefinger auf die Lippen, hob die Schultern und deutete ein Kopfschütteln an. Es ging um die Vergangenheit und ich war zu jung, um zu erfahren, was geschehen war. Das war wieder das dunkle Geheimnis. Daniel wusste alles, obwohl sie auch nicht älter war als ich. Kurz vor Mittag trafen wir in dem Eifeldorf ein, wo Mama als Fleckschneiderin bei Familie Kaufmann tätig gewesen war. Dad hatte seinen Wagen direkt vor der über vier Meter hohen Buchenhecke des Kaufmannschen Anwesens geparkt. Schauen wir mal, ob der Kolonialwarenladen noch existiert. Und wer jetzt da wohnt, sagte Dad und stieg aus. Er half Mama vom Beifahrersitz auf und hieß mich, ebenfalls das Auto zu verlassen und mitzukommen. Dad voran durchschritten wir den bogenförmigen, durchlasterdichten Heckel, wie man sie nur in der Eifel kennt, und klopften an die alte Haustür aus massivem Eichenholz. Das scheint kein Geschäft mehr zu sein, aber die Tür erkenne ich wieder, sagte Mama. Eine ältere Frau, die langen grauen Haare zu einem typischen Dutt gebunden, öffnete und sah uns fragend an. Tag, Tag, wir wollen zu den Kaufmanns, die hatten doch vor dem Krieg ein Geschäft. Ja, die sind nämlich he, was wollt ihr denn von denen? Dabei sah sie Mama prüfend an, blickte zu mir rüber und schüttelte den Kopf. Best du, dass Anna, das für ein Kreisch hier gewerkt hätt, an der Nähe im Schinn. Mama zögerte einen Moment, so wie sie es immer tat, wenn sie unsicher war. Dann sagte sie, Und sie sind die Frau Bürgermeister. Ihre Stimme habe ich sofort erkannt. Ich merkte, dass Mama schwindelte, und ich hätte am liebsten gegrinst. Die Frau sah aus wie eine alte Hexe. Eine, die schön tat, um die Kinder in den Wald zu locken und dort zu braten. Bevor die Frau reagieren konnte, riss Dett das Gespräch an sich. An mich erinnern sie sich bestimmt auch. Ich bin Arthur, der Neffe von den Kaufmanns. Und das ist Lea Roos, unsere Tochter. Die Frau Bürgermeister schnappte nach Luft wie ein Fisch. Arthur, dann ist das wirklich vor, dass du das Anna hier hat, in der Amerika gegangen bist. Ich habe das nicht gelaufen wollen. Wie immer, wenn ich den Mund halten sollte, presste Mama meine Hand fest zusammen, als wollte sie mir die Finger brechen. Dett ließ die Vermutung der Frau im Raum stehen, so dass sie sich bestätigt fühlen musste. Wohnen Sie hier im Haus? nahm Dett den Faden wieder auf. Seine Tonlage hatte sich ein klein wenig verschoben. Er verlangte eine Antwort, und zwar sofort. Erschrocken wechselte die Frau ins Hochdeutsche. Tja, die Kaufmanns, die sind ja weggekommen. Sie waren nicht mehr sicher hier. Da hat unser Gauleiter dafür gesorgt, dass sie in den Osten kommen, wo Unterkunft und Arbeit auf sie wartete. Das war auch besser für sie, nur unter ihresgleichen zu sein. Obwohl ich die Löffel spitzte, verstand ich nicht genau, was da vor sich ging. Mama hatte hier gearbeitet und meinen leiblichen Vater kennengelernt. Aber das Haus hatte den Kaufmanns und nicht den Rosenzweigs gehört. Und warum hatten die Kaufmanns wegziehen müssen? Und was hatte Dett damit zu tun? Dett sah der Frau ein paar Sekunden in die Augen, während sich seine Mine verhärtete. Offensichtlich fürchtete die Frau sich vor ihm, der in der Uniform eines US-Army einschüchternd wirkte. Und jetzt wohnen Sie hier. Sie nickte gehorsam. Die Frau Kaufmann hat mir die Schlüssel gegeben. Ich sollte aufpassen auf Ihre Möbel und so. Im Keller steht nur ein Karton. Den sollte ich aufbewahren. Für den Fall, dass Sie nicht zurückkommen, soll ich Ihnen der Anna geben. Frau Kaufmann meinte, die Anna käme bestimmt mal wieder. Der Krieg ist vorbei. Sie wohnen immer noch hier. Haben Sie sich nicht gefragt, warum die Kaufmanns nicht wieder zurück sind? Frau Bürgermeister stammelte. Was sollte ich denn machen? Mein Mann ist der Bürgermeister. Der hat gesagt, dass das Haus jetzt uns gehört. Wir waren ja immer treue Kunden der Kaufmanns. Es heißt ja, von denen käme keiner mehr zurück. Warten Sie einen Moment. Ich hole den Karton rauf. Ich hätte gerne gefragt, woher sie das wusste und warum sie uns nicht ins Haus bat, wie es sich gehörte. Aber Mama drückte meine Hand fester. Ich durfte nichts sagen. Die Frau hatte nicht lange suchen müssen, denn schon fünf Minuten später stand sie wieder in der Tür, den kleinen Karton unter dem Arm geklemmt. Da, Anna. Nimm ihn mit. Ich bin froh, dass er aus dem Haus ist. Ihnen ist schon klar, dass Sie nicht die rechtmäßigen Besitzer des Hauses sind. Das kannte sich aus. Uns wurde gesagt, dass die verlassenen Häuser bewohnt werden müssen und nach einer gewissen Zeit in unser Eigentum übergehen. Frau Bürgermeisters Stimme klamm wenig überzeugend. Dad bohrte weiter. Wie sieht es denn mit dem Grundbucheintrag aus? Sind Sie darin als Eigentümer vermerkt? Die Frau trat von einem Fuß auf den anderen, hatte ihren schlaffen Körper an die Türzargen gelehnt und sagte mit gesenkter Stimme, das war für nach dem Entsieg vorgesehen. Für diese Bürokratie war damals keine Zeit. Also nein, resümierte Dad. Das Haus ist Eigentum der Erben der Familie Kaufmann. Erben. Was denn für Erben? Die taubstumme Tochter und der kleine Junge, die waren doch erbkrank. Die sind in ein Heim gekommen. Und die alten Kaufmanns. Frau Bürgermeister wühlte in den Taschen ihrer Kittelschürze, als suchte sie dort nach weiteren Argumenten zur Rechtfertigung. Mein Mann ist im Gemeindebüro. Den könnt ihr ja mal fragen. Der weiß besser Bescheid als ich. Als wäre ihre Autorität aus der Nazi-Zeit nicht längst der heimlichen Erleichterung gewichen, ungestraft davon gekommen zu sein, spielte sie sich Mama gegenüber als Gönnerin auf. Wenn wir uns glücklich einigen, könnte ich dir ein paar lukrative Aufträge zuschustern. Dett biss sich auf die Lippen, die Adern an seinen Schläfen schwollen zu dicken blauen Wülsten an. Er atmete tief ein und aus, straffte sich und trat einen Schritt auf Frau Bürgermeister zu. Die Ehefrau eines amerikanischen Offiziers nimmt keine Aufträge von einer Narzisse an, die sich fremdes Eigentum unter den Nagel reißen will. Er drehte sich um und signalisierte uns, zum Wagen zu folgen. Ich sah Tränen in Mamas Augen und beschloss abzuwarten, bis ich alt genug war, um zu verstehen. Waren wir zur Gemeinde Verwaltung, fragte Mama. Ich beobachtete, wie Dett mit sich rank. Er griff sich mit Daumen und Zeigefinger ans Kinn, massierte den Unterkiefer, so wie immer, wenn er schnell eine Entscheidung herbeiführen wollte. Wir hätten die wenigen hundert Meter laufen können, aber Dett entschied, mit dem Auto vorzufahren und es direkt vor dem Eingang der Gemeindeverwaltung zu parken. Unser Blick fiel auf den Schaukasten neben der Tür. Außer dem Plakat, das die nächste Ratsversammlung ankündigte, ging ein Auszug aus der Kirchenzeitung mit den Terminen für die Beichte und die beiden Messen am Sonntag drin. Der Briefkasten war genau wie vor dem Krieg an der Hauswand befestigt. Als ich das letzte Mal hier war, um einen Brief einzuwerfen, prangte der Stürmer im Schaukasten, stellte Mama fest. Im Sekretariat meldete Dett sein Begehren, den Bürgermeister zu sprechen, an. Seinen Tonfall ließ das Bürofräulein zusammenzucken. Rosenzweig, mein Name, ich bin in Eile. Behände erhob sich die in einen engen, das Hinterteil betonenden, schwarzen Rock zwängte Dame von ihrem Stuhl. riss die Tür zum Amtsraum des Bürgermeisters auf. Ohne abzuwarten folgten wir ihr, nachdem Dett uns per Handzeichen dazu aufgefordert hatte. Dett Bürgermeister schloss rasch den mittleren Knopf seines Jacketts und sah uns mit offenem Mund an. Herr Rosenzweig, kennen wir uns? Worum geht's? Es geht um das Haus meiner Verwandten, Familie Kaufmann, das zur Zeit von ihnen bewohnt wird. Dazu möchte ich gern den Grundbucheintrag zählen. Dett sah von einer Beantwortung der ersten Frage ab. Hm, Grundbucheintrag, das Haus wurde arisiert, also hatten wir den Schlüssel bekommen. Die Bewohner kommen nicht mehr zurück. So, so, was heißt denn arisiert? Haben sie einen Kaufvertrag? Und wieso kommen die Bewohner nicht mehr zurück? Sie sind doch nur umgesiedelt worden, sagen die Leute. Der Bürgermeister schüttelte den Kopf. Von denen kommt keiner mehr zurück. Dett gab sich interessiert und fragte, wieso keiner der Umgesiedelten zurückkäme. Es seien doch erst ein paar Jahre seit Kriegsende vergangen. Und auch die Heimkehr der vermissten Kriegsgefangenen würde ja auch voller Zuversicht gewartet. Ich kann nichts für Sie tun, Herr Rosenzweig. Da sind keine Hinterbliebenen. Dafür wurde damals schon gesorgt. Mir schwante, dass der Bürgermeister doch besser Bescheid wusste. Machen wir es kurz. Entweder wir einigen uns hier, Sie ziehen zum nächsten ersten aus dem Haus aus und händigen mir alle Schlüssel aus, dass das Mobiliar und alle Gegenstände, die Sie dort vorgefunden haben, im Haus verbleiben dürfte klar sein. Oder so geht das aber nicht, Herr Rosenzweig. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wir haben den Kaufmanns jahrzehntelang als gute Kunden zur Seite gestanden und jetzt kommen Sie, ein dahergelaufener Amerikaner und wollen unser Haus. Dad lüftete seinen Hut, drehte sich zur Tür und verabschiedete sich. Ich kann auch anders. Im Auto fand Mama ihre Sprache wieder. Mein Gott, jetzt ist alles verloren. Aber nicht doch Anna. ich habe denen die Chance gegeben, das Haus einfach zurückzugeben, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Die Enteignung wird wesentlich weniger diskret verlaufen. Ich zeige Ihnen jetzt hier noch einmal das Buch. Lea Rosen, die Tochter der Fleckschneiderin mit 255 Seiten und weitere Informationen können Sie auf meiner Website www.marianebecker.de anschauen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tochter. Vielen Dank.